ja wir wollen Leute und hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Aufnahme PVZ ich dachte jetzt schon hier die Aufnahme geht nicht aber es geht doch es geht doch auf jeden Fall spielen wir heute hier ein cooles Feuer-Special mit den ganzen Feuerklassen also Centurius Schweizer Parianthologe und Cricketstar dabei wieder Markus und den Teleporter steht what the fuck ich soll das sind das sind viele und er ist ein bisschen zweiter möchte ich betonen so wir sind nach der Stelle auch nicht schlecht aber auch bis hin zu mir stärker aber ich bin über das Gefühl danach haben sie sonst ein Feuerrad einfach zu schlecht ausleimpft werden und ja 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 ein weihnachtsbaum Zombie auf auf in den Krieg ein toter weihnachtsbomb Zombie und ich bin auch tot ah nein ich muss ja Klasse wechseln egal egal Leute die Runde hier wird schon noch länger gehen denke ich aber mit den Feuerklassen kann man doch richtig gut pushen dann spielen wir halt einfach nochmal hier weil das war ja ein unvermiedertod hier total unverdient soll hier ein bisschen Vollfeuer auf den da hoffen wir abschüssen es wurde smog smog der garden vorlage oh jetzt wurde ich gefeiert mit weiter wie mit mir den Garten haben gleich mal den Friedensbauer ja auf und abgeschüssen weg das ist der hier schweißen diese scheiß Blasmer Erbster ich zu lieben ist naja wir haben jetzt auch schon wieder gejagt das war auch mein erster Tod der der hat mich grad schon wieder gejagt was habe ich jetzt da Kills mit dem Schnapper mit der Tarnüberraschung ich dachte ich gerade in einer Sitzung und räche ihr Teamkameraden ich räche dich Markus alter oh jetzt hat mich der Typ wieder mit dem G weggeballert okay ich weiß ich will sagen ich schicke den da hinten mein Geschenk vorbei das sich Pylonen Schlag nennt einen habe ich weggeholt sogar mit dem Standard Sombot Laser nicht mal der Pylonen Schlag hat ihn gekillt oh der Teleporter ist da unten aber ich glaube das Regulier ist da ja der wird ne ne das bin ich nicht, das ist in der Lage Achtung da kommt wieder unser netter Freund ja ich bin grad AFK, also AFK der läuft direkt auf dich zu der ist über dir er ist da mein Drohne wurde zerstört bevor ich ohne Anschlag hat geklappt was der fuck jo ist klappt er verschillt den Verhältnis ja ich habe ihn den Erbsenschelden verbrannt ich werde wieder überlebt mal schlaue Leute hier alter doppelkillings wir hatten beim Rhein-Spray nicht wie die Terraner und mit du bist und 5 war Kirstieck habe ich jetzt auf aber jetzt ist sie gleich vorbei ja jetzt ist sie vorbei weil ich mich einfach mit 5 Erbsen gleichzeitig angelegt habe und das macht auch die Schweißer nicht mit aber ein paar Anträge der der kann schon was heißen ich denke mit dem Parianthologen hier kann man schön was abgeben so richtig schön mal wenn man so ein bisschen in den Gartenballern läuft schon mit dem Jürgen in den Rhein-Ballern ohhh ohne yeah what ich klingt so gut wie tot what oh yeah ich habe eine spiele besiegt K scheiß Elienblumen wird sich jetzt hier nicht auch weggeholt bei mir doch nicht Euro da müssen er sagt Daideys nicht müsse da gehen die Erbsebende wurde die Kiert und ja 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 hier ist der ich garten neun hier unterstützt sich wird wieder aber das einfach zu übel jetzt leckt er ob es gesehen wohl mich wenn es ist wenn du noch liebst ich lebe doch du alles jawohl schaubt nicht aber ihr fliegt so viele ball ja wenn er mir immer in der ledig existiert kugel zwei leute glaube ich was sonst der dritte die lieb nur ein kühlt unruhe extra weit ich hab die gete und würde gilt ich war der letzte alter schule hat gegessen er hat gekennzeichnet alter der diese kaktus wurde hier war gerade wieder weiß er wollte flog das dafür creepy aus drüber der krieg ist ein feuer ding ist er auch so etwas würde der abende der kicketwerfer er wurde drunter hätte ich schon ein mg alter und dann nicht ist feuermäßiger alter tot die euch betont ratholikste feiernade noch mal aber ja ich habe noch ein paar gäste hier ja ich hab's festgelegt ist geil vorlagen die sperrfeuer vorlagen geht besser da ist es nicht so der scheiße wurde erster voll voll aber wir haben ziemlich ein bullet drop ich muss sagen der bullet job ist ein ticket start für mich stark so übrigens mein wicht attacke und okay leider kann doch ein Schnapper aber ich habe guten Job geleistet hier also ein Schnapper nur erst jetzt was ja wir die Lieder 2 dort Centurio da war noch ein Luftzeug von der BDF sie sich ich hole dich wo legst du am Garten und ich dance up ja mit meinem Leiche am Boden so bestimmt abdänzend üblich halt das kann man sich in die Tüte im Kopf ich hatte davon kommen jetzt das ist um ich habe mich ab eh oh mein goooood Schnapper! Schnapper! Schnapper frisst Haltzombie! Das ist er! In der... Ja, in der Gruppe von lauter Zombies frisst er einfach den Haltzombie! Lappens! Oh, der... Loil, wie ich ihn einfach nicht gesehen habe, ey! Wo er dann herkam mit seinem Scheiß! Bullshit! Fuck! Vergraben! Ach, f*** dich! Uh, die Rocket war sehr schön geschossen! Von einem Mann mit viel Talent! Na, ich hab ein Haltzombie gespawnt! Naja, halt ich mich voll! Eigentlich hatte ich das nicht vor! Wuhuuu! Nein, Kartoffelmiede, nachdem ich alle weggeballert hab! Unglaublich! Ja, erster natürlich hier, so wie sich das gehört, jetzt hier mit dem Schweißer was reißen! Was ist denn ein Teleporter? Ah, Teleporter steht jetzt! Jetzt, wo ich Schweißer bin, steht der Teleporter! Ah, fuck! Oh, was ist denn das? Das ist die Statistik, ich finde, als bin ich erst da, wo ich dritter bin! Das ist die Statistik, ich weiß nicht! So, Centurio, passt das schon! Aufräumt! Multiabschuss! Eis! Eis, Erbsen, Spieler, ne Heilblumenmeer und nen anderen gut angedammt! Ne, Makas, so geht der, voll, voll! Scheiß Erbsenagent, ohne Mist! Da hast du ein bisschen Feuer, deine Mama! So, ein Erbsenagent weniger! So, die Blitzi-Blume, hier, die bekommt jetzt auch was ab, so, ausgeblitzit! Der nächste Erbsenagent weg, der nächste Kaktus weg, nächste Feuerblume weg, sechster Kistik und da bin ich tot! Aber ich habe wieder sehr schön den Garten geklirrt, aber keine Verbündeten im Anflug, die mir helfen wollen! Naja, Pariontologe, äh, der Teleporter ist weg, auch nice! Also ohne Teleporter wird der Garten nicht! Da kann ich der jetzt schon mal sagen! Was ich genau! Hol mir hier Sark-Zombies! Aber den Chi, Joe Chi macht sie schon! Ja, ich gehe jetzt mit einem Pariontologe wieder rein! In meinem Inchi habe ich gerade schon aufgeräumt da drin! Nein! Ach Gott! Ein Feuerkaktus hat mir gerade richtig hart gegeben! Genau dann, wo mein Scheißbohrer weggeht, Tom's und Basta, der killt mich! Ah, jetzt habe ich einen Standardwissenschaftler, äh, jetzt habe ich noch verkackt! Jetzt habe ich einen Standardwissenschaftler genommen! What the fuck! Weil ich dann statt nach unten nach rechts geklickt habe bei der Klassenauswahl! Egal! Der Garten ist eh nicht geschafft! Jo! Oh, ich habe noch einen Kill gemacht! Ich habe noch so wie es dunkel wurde, jemandem ins Gesicht geschrotzt! Und das Kill-Geräusch kam! Naja, Leute, ich würde sagen, das war noch mal ein kleines Zombie-Feuer-Special! Ich bin Meisterheiler geworden mit keinem... Na doch, ich habe ja manchmal in den Wissenschaftler gespielt! Aber hauptsächlich die anderen Klassen trotzdem Meisterheiler dank der Heilsombies! Ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal und ein super klitzer Päckchen gibt es nach oben drauf! Servus und Ciao! Ciao! Oh, königliche Blumen!